Yo, was geht? Wir sind heute in Köln, genauer gesagt im Schwimmzentrum der Deutschen Sporthochschule Leistungszentrum. Wir sind heute in Köln beim Springen, genauer gesagt beim Jahresabschlussspringen von den Cologne Bombs. Wir hatten schon einen Verein zentier in Wettkampf, den haben wir schon hinter uns gebracht. Und jetzt spielen wir noch eine Runde Loser mit dem kompletten Verein. Es sind sauviele Leute am Start. Wir bilden jetzt erstmal die Teams, schauen da, was sich alles so zusammenbaut. Wir losen das ganz einfach aus. Wir haben jetzt vier Teams. Ihr wisst euch euren Namen aus dem Feuerkelz. Und dann gibt es die Teams Kreis, Kreuz, Viereck und Dreieck. Sobald ihr euch zusammengefunden habt, überlegt euch noch einen geilen Namen. Das wollt ihr euch jetzt nicht voll wegnehmen. Wir haben die Teams jetzt ausgelöst. Ausgelost. Wir haben die Teams jetzt ausgelost. Das ist Team Ramtamtam. Team Ramtamtam. Wer noch mit da in der Ecke? Das sind Team Homos auf die Fresse. Okay. Team auf die Fresse. Team verkackt. Team verkackt. Alles klar. Was machst du? Ein Meter. Alles klar. Team Homo irgendwas genau ist jetzt dran und Dario gibt jetzt den Bauchklatscher vor. Naja. W-E-HES! W-U-U-U-U! Gerne! Dario, warum hast du das jetzt gemacht? Weil ich weiß, dass keiner von der anderen Bock hat. Alles klar, also das Niveau ist einfach schon unendlich hoch. Es fängt an mit einem Flip-List, okay? Und Dario gibt einfach eine Bauchklatsche mit Federn vor. Das ist eine ordentliche Kampfansage, würde ich mal sagen. Zählt der, Mario? Der war zu sehr in Köpfer, finde ich. Also er muss schon richtig klatschen. Der zählt nicht, der zählt nicht. Alles klar, Team verkackt das dran. Ich wünsche dir viel Spaß. Der war halt auch so in Köpfer, ne? Zählt leider auch nicht, kann man nicht zählen lassen. Bisher hat es schon Buchstaben gehagelt. Den kann man doch zählen lassen. Den kann man zählen lassen. 2 in 1 vorwärts gehechtet. 2 in 1 vorwärts gehechtet. Von 3, von Team auf die Fresse. Revival. Oh, sehr schön. Ja, also er hat ihn gerade geschafft. Ich war nur zu langsam mit der Kamera. Das gibt es 11 für einen Kameramann. Sehr schön, Berti. Sehr schön. Jo, zieh ein verkacktes dran. Auerbach in die Katze. Von 5. Auerbach in die Katze. Kann man ihn zählen lassen? Ja, der war eher auf Katze, ne? Also ich glaube, das war eher in Richtung Potato. Katze ist, äh... Ich würde ihn nicht drücken. Ich würde zu gerne, um die Fates zu sehen, aber der zählt nicht. Der zählt nicht. Der zählt nicht. Auerbach ganz nicht von drei. Alles klar. Zum Glück, Mutts. Ja, ich darf nicht. Extrem spät geschraubt. Aber ich denke, der zählt. Der war schon rum. Ja, schön. Schön. Ja! Es gibt direkt noch einen Buchstaben für Kameramann, das Spritzen. Das ist super schwierig zu bewerten. Das war so... Das war eine Show. Wollen wir uns die Slowmotion anschauen? Ja, das ist Slowmotion. Slowmotion. Nach Analyse der hochwertigsten Videos haben wir beschlossen... Der war zwar etwas außer Achse, aber den kann man schon noch zählen lassen. Kann man schon noch zählen lassen. Kann man noch zählen lassen. Hast du Glück gehabt, aber mach nicht nochmal so'n Scheiß. Nein! Alles klar. Sohan von Team Hummus. Was kommt? Ich mach das Sofa aus fünf. Das Sofa... Sohan von Team Hummus! Jawoll! Oh! Oh, boah! Oh! Nein, eigentlich klappen wir ja. Ja, eigentlich klappen wir das ja. Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh! Er war schon echt. Für die Eier allein schon, ne? Lass mal zählen. Das sind Schmerzen, die Lass mal zählen. Ohhhh! Yes! Aber jetzt mal das Rechte wahr. Ohhhh! Gürtiger Abstand, aber zählt auf jeden Fall. So, ich geb'n Tripleback von 5 vor. Ich denke mal damit... Das Niveau steigt immer weiter. Auf die Fresse! Auf die Fresse! Den Bodelsack in kaltes Wasser hängen. Easy, easy, easy! Yoooo! Nice! Und heute sehen wir noch einen Frontback von... Vierfach rückwärts! Vierfach rückwärts von zehn! Was? Also bei Team Verkackt wird noch sehr stark diskutiert. Macht denn jetzt einer? Es werden noch Neos getauscht. Jetzt wird nochmal schwer diskutiert, ob da Neos getauscht werden. Ohhhh! 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 Guter Versuch, aber derzeit leider nicht! Richtig guter Versuch! Richtig guter Versuch, aber leider nein! Wir hast du gerade zu drehen. Wer hat dich! Wer hat dich! Der Team! Wer hat dich! Wer hat dich! Wolltest du vorbei! Hauu! Aubschup! Ein Team verkacktes, was gibst Und drei schöne anderthalb Uhr Dach mit einer halben Schraube. Oh ja, schön. Oh ja, yes. Ja, easy, ohne Probleme. Anderthalb Rückwärtsalte im Late. Ach du Scheiße. Er hat das im Akripper gemacht, wollte ein Double-A machen und ist komplett auf den Kopf geflogen. Seitdem macht er den. Ach so? Ja, leider nein. Da braucht man nichts zu sagen, glaube ich. Der zählt nicht. Ich glaube, der zählt nicht. Timomus. Ja, jetzt kommt ein großer Einsatz. Wir machen wieder was Benersches. Ich mache so ein Dreierbrett mit dem Marsch aufs Dreierbrett und dann Flippes. Alles klar? Okay. Nicht nur Baradig gegen Flippes. Also Felix, was hältst du davon als Vertretung? Ich mache wahrscheinlich gar nichts von, weil ich halt so unterwegs bin. Der Federt auch noch. Was macht der denn? Oh Gott im Himmel. Oh! Alter! Also ich als Kameramann möchte ja sagen, den will ich eigentlich zählen lassen, weil ich das einfach... Ich finde auch, die Schulter war ja rum, den könnte man zählen lassen, oder? Damit die anderen den machen dürfen, also das wäre schon der... Können wir uns drauf einigen? Die anderen müssen auch nur eine Viertelschraube machen. Nein! 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 Den können wir leider nicht zählen. Also da bin ich dabei! Ich will das sehen! Alles klar. Nein! Der wird gerade noch ausgetest. Gott ist das dämlich. Super starke Versuche auf jeden Fall. Zählt er sowieso nicht, aber echt krass, dass die das noch versucht zu haben. Rudi Arafull von 3, von Gerrit, von auf die Fresse. Ziem verkackt. Buchstabe. Ich versuch uns gar nicht erst. Ich sag ja, ich bin ein ***. Boah! Jawoll! Jawoll! Also... Es waren 2,5 Schrauben sogar. Nur halt leider auf den Rücken. Und 2,5 im ersten. Ja, er hat Randi auf den Rücken gemacht. Ja, locker! Ich mach jetzt einen Sprung. Okay, geil! Hab ich noch nie gemacht. Hab ich von eins gemacht, schon oft. Aber von drei noch nie. Halber Suchi. Ja, ich notiere hier noch mal die Anzugstaben. Für Team Ramtamtam oder so? Jawollo. Ich glaub, ich hab da nie so ein Spiel gesehen, wo sich so viele so hart und so oft auf die Fresse gelegt haben. Es ist aber wirklich so, was ist hier bitte los? Mach den nicht wie ich von zehn. Ja! Ja! Jawoll! Ja! Ja! Jawoll! Ja! 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 Das ist so geil! Das sehen wir gerade, die Nachwirkung. Auf die Fresse! Auf die Fresse! Also Leons Rücken geht gerade komplett riot. Es ist rot, es schwillt langsam an. Oh Gott, ist das ekelhaft. Ein rückwärts Abfaller von fünf. Ja! 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 Ich glaub, das gibt einen Hufstamm, oder? Tim was sagst du? Weil der warstamm ziemlich aufrücken. Ich mach von fünf die Seemannskampe. Der Ober-Mega-Super-Kampfrichter. Ja, das ist ne Katze. Halt. Also ne Katze ohne Arme. Zählt nicht. Der zählt nicht! Der zählt nicht! So. Die seh ich vielleicht aus, wenn ich ein 200-Delfen mache. Ja! Ich rieche quasi Buchstaben. Ich bin echt gespannt, ob die anderen Teams das jetzt überhaupt versuchen. Das ist einfach super eklig. Ja, gut gerettet. Ah! Auch nicht! Auch nicht! Oh! Yes! Wahrscheinlich mein letzter Sprung ist Flippes, Harra. Sieben! Wir müssen nicht. Schade, schade. Zweieinhalb vorwärts mit Split. Ohne Schrauge. Aber mit Split! Das war auch da irgendwie. Yes! Junge! Der war ja mal... Der war richtig schön. Der war richtig schön. Der war richtig schön. Du musst schlagen. Du musst schlagen! Split! Ja! Jawoll! Oh, jeder! Auf! Oh! Na ja, wie der Tiername schon sagt, verkackt. Da hilft, glaube ich, jetzt nur eins. Den roten Sack in kaltes Wasser hängen. Da haben sie ihrem Namen alle Ehre gemacht. Oh Gott, die sind schon raus. Also, danke, dass ihr mitgemacht habt, aber seid leider raus. Gut geschlagen. Ah, der geht mit Ehre. So, jetzt kommt vierfach vorwärts, damit auch das nächste Team raus ist. Dann geht's ab. Vierfach vorwärts. Vierfach vorwärts. Okay, Dario hat gerade vierfach vorwärts vorgegeben. Blind. Ich glaube nicht, dass den irgendwer von den anderen schafft. Da bin ich jetzt echt gespannt. Oh ja. Eins. Ja! Ja! Yes! Yo! Kurzes Interview vor dem wahrscheinlich schwersten Sprung im Game of Loser. Fühlst du dich bereit? Nein! Yeah! Ja! Oh! 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 Richtig, richtig krasser Versuch. Er ist halt einfach komplett am Leiden gerade. Lass dafür mal einen Daumen hoch da. Nö, 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 nö. Oh! 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 Nein! Also Mario Felix ist verfedert. Ihm geben wir leider keine zweite Chance, oder? Das haben wir in den Regeln so beschlossen. Oh! Leider. Leider sehen wir keinen weiteren Quad Front mehr. Das ist dann, glaube ich, das Aus für Team Rantantam, oder? Das ist es. Ranihara. Ranihara. Doppel-Vorwärtsalter. Dreieinhalb Schrauben im ersten. Dreieinhalb Schrauben. Was habe ich gesagt? Dreieinhalb. Achso. Zweieinhalb. Drei. Kann ich auch machen. Er ist dumm. Oh! 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 Team Humus trotz massivem Fail jetzt den Matchball die Chance, das Spiel zu beenden. Ich muss den Kontakt noch nicht mal ruhig machen. Aber dafür war ein guter Versuch. War okay. Team Humus gibt jetzt vorne den Auerbach-Full-Full. Oh, weia. Ja, Leo. Ja, ciao, komm! Ja, Team mit dem Auerbach-Full-Full-Full. Doppel-Auerbach. Eine Schraube in jedem Salto. Oh! Was? Vorgabe verkackt. Das heißt, auf die Fresse ist dran. Team auf die Fresse. Was kommt? Also, hätte er den geschafft, wenn wir jetzt raus. Aber ich glaube, wenig Leute hier können einen Zeitflip. Deswegen mache ich einen Triple-Side-Flip. Das ist ein Triple-Side. Und damit ist es gleich. Hört mal auf sie rumzuschreien hier. Also, Team Humus kann keine Side-Flips. Aber dafür mache ich jetzt Double-Full-Rudi, das heißt Doppel-Salto-3,5-Schrauben. Leon, guck nicht so. Mach wenig für Rudi-Double-Full. Wann? Ah! Gott, der Webel! Also, langer Diskussionsbedarf. Kampfrichter trifft jetzt eine Entscheidung. Der nächste Punkt muss nicht als Rudi Double-Full gesprungen werden. Double-Full-Rudi meinst du? Ja, genau. Sondern einfach für uns auf der Seite mit 3,5-Schrauben. Okay. Also, Gerrit. Randal-Einspeck. Versuchts. Mach einfach mal die Haare. Lol. Ja. Damit steht es fest, Team Humus sind die Gewinner. Wuuu! 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 Wuuus hat den ebenfalls gewonnen. Jetzt als kleiner Abschluss macht Leon am 4-fach-Rückwärts-Seitalter von 10. Superschwerer Sprung an echtlenige Leute bisher gemacht und rumgekriegt. Bin ich echt gespannt, dass man ihn jetzt schafft. Da ist er. Leon... Kurzes Sturzgebeat vor dem Fall. Ach den schafft er. Oh, der hat viel getan. Leon, wie geht's dir? Kranker Sprung, bisschen runter. Jetzt gerade geht's sogar. Da war Kiefer halt voll, war irgendwie nicht fest. Okay. Voll auf die Eier. Aber den machen wir nicht gleich nochmal. Kranker Sprung, kranker Sprung. So, das waren nochmal meine ersten Vlog-Versuche. Ich hoffe, die Runde Loser hat euch gefallen. Ist er nicht süß? Nein. Also, das waren meine ersten Vlog-Versuche. Ich hoffe, die Runde Loser hat euch gefallen. Wenn ihr sowas öfters sehen wollt. Hallo, Mario. Mario, willst du Tschüss sagen? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gibt's ein nächstes Mal, ja, oder? Ich hoff's. Das sollen sie in die Kommentare schreiben. Ja, genau. Schreibt's in die Kommentare, ob's nächstes Mal gibt. Das wäre sicher. Bis zum nächsten Mal. Wo. 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 Bis zum nächsten Mal.